Nein, nein, das kommt nicht in Frage, was auch immer so eine Tour sein soll. Warum nicht? Weil ich das sag. Verstanden? Ja, aber bist du schon. Was du vergessen haben solltest, ich bin der Häuptling dieses Stammes. Stimmt. Aber mir ist so langweilig da den ganzen Tag auf der Insel. Genau deswegen habe ich mir ja auch zusammen mit den Inselämtesten etwas einfallen lassen, um dich und alle, die hier gerne mal weg wollen, ein bisschen aufzumuntern. Hä? Was denn? Eine spezielle Reise in den dunklen Wald. Moment, du meinst damit, hä? Was für einen dunklen Wald? Weil du bist ja so ein Idiot! Ich verrate dir, wo wir hingehen, und du kannst dich dann mal drauf. Obwohl die Sache, wo wir hingehen, da sogar schon im Wald steckt. Wir gehen dann ins Dunkel? Verdammt! Leck dich jetzt! Warum zauberst du uns da hinunter, du Arsch? Hey, mäßigt's euch! Wieso sagst du denn so Schiefhörter zu mir? Du da! Sag mal, räumest endlich diesen Stein da weg, oder ich hau dir damit den Kopf ab! Jetzt reicht's mir nachher mit dir! Du treibst immer nur lauter Unsinn, und dann willst du doch noch eine Belohnung haben! Ihr Dunsinn! Das sind zwei Sachen, die können gar nicht existieren! Ich mein, die können gar nicht zusammen existieren! Genau, deswegen bist du ja auch so sonderbar! Und zwar sonderbar blöd! Hä? Nichts! Aber jetzt reicht das! Ich verrate dir, wo wir hingehen, und du reagierst gar nicht darauf! Was soll man da machen? Das ist nicht meine Schuld! Ja, weißt du was? Das leckt mich doch! Ich hab sowieso schon wieder vergeissen, was du eigentlich gesagt hast. Ist auch besser so! Das würdest eh noch alle versauen, weil du so ein neugieriges Gesicht bist! Die? Sicher hab ich ja gesehen! Ich teils mich so an Weißka! Wo ist meine Mütze? Mütze? Wofür Mütze? Meine Mütze! Ach so, die Mütze! Wo ist sie denn, die Mütze? Wo haben sie denn verloren? Ja, die Mütze! Ich hab ihn nicht gesehen! Ich hab ihn nicht gesehen! Ich hab den Fluss! Flung zu sein! Hast du das jetzt ernst? Du hast meine Mütze in den Fluss geschmissen? Hier? Wieso hier? Das warst du, gib so! Dafür wirst du burschen! Dafür wirst du hier gelassen! Und zwar mit einer ganz besonderen Strafe, die nur die Übeltäter ereilt. Die Gefängnisstrafe. Was? Wieso fesselst du jetzt da meine Hände? Das ist, damit du nicht entkommen kannst und uns auch ganz sicher nicht nachkannst. Du bleibst schön hier. Ich und die, die hier weg wollen gehen, ist ganz alleine. Und der Rest bleibt hier und bewacht, dass du ja nicht antrauen kannst. Das ist sowieso mega unfair. Du hast einen anderen bewacht, so wie sollst du, dass ich da nicht schon gut gefesselt sei? Tja, steck rufst du doch irgendwelche von deinen Freunden an und behauptest, dass ich böse bin. Nur weil ich dir eine Strafe gebe dafür, dass du meine Mütze in den Fluss geschmissen hast. Im Fluss geschmissen? Ich hab gar nichts im Fluss geschmissen. Lasst mich frei. Lasst mich frei. So, solange er den Sand jetzt nicht herumspuckt, kann er diesen hierbleiben. Gar nicht mehr am Ersten. Die Statue bleibt sowieso da. Wer geht jetzt mit? Also, weißt du, ich hab mal es fertig. Ich bin ja ein Schiff und kein Gerät, weißt du. Mich kann man nicht einfach so das Gerät haben. Nein, meinetwegen, Spinne, komm gerne mit. Nein, ich will hierbleiben bei meinen geliebten Pflanzen und bei meinem schönen Wasser. Aber vor allem wegen den Pflanzen. Aber Dino, dort wo wir hingehen, gibt es neue Arten von Pflanzen, die hier nicht existieren. Tatsache. Tatsache. Mir wusst, mir wusst, wo ihr hingeht. Aber ich bin dabei. Gut. Und du, Karl, bleibst hier. Ja, ja. Jöbel!